Jetzt hängst du dran. So, komm weg damit. Finde den Abschleppwagen. Ja, der ist hier. Ja, danke. Suche das Wrack. Mit dem Tides zu fahren oder zu Fuß. Ich fahre mit dem Auto. Okay, das ist irgendwo da oben. Das ist gar nicht der Abschleppwagen, oder? Ich bin lost. Das ist doch kein Abschleppwagen. Das aber auch nicht. Okay, dann gehe ich mal da hin. Und baller den mal hier irgendwo hin. Okay, es ist doch der Abschleppwagen. Umgegengestand, Fahrzeug. Okay, das ist doch der Abschleppwagen. Ich dachte gerade, das wäre nur so ein Autentransporter, weil da kein so ein Haken dran war und so. Aber scheinbar haben wir hier die kranke Technik. Wo das auch so geht. Okay, das Fahrzeug soll mit dem Abschleppen. Bin ich mal gespannt, wie das geht. Ähm. Ich steige mal aus. So. Ähm. Ach so. Fahrzeug nehmen. Ah, okay. So leicht geht es also. Such weiter. Wir sollen noch eins suchen. Es macht halt Real Talk echt Bock, das Spiel eigentlich bis jetzt. Ist halt voll gut gemacht eigentlich. Oh, wir haben sogar hier so ein Licht. Ich weiß ja, wo noch eins steht. Das haben wir ja vorhin gesehen. Ich fahre mal gerade rückwärts, weil ich da nicht drehen muss. Der fährt einfach rückwärts genauso wie vorwärts, glaube ich. Krankes Teil. Ganz wild. So, da ist noch eins. Das habe ich noch gemeint hier. Na, nicht so weit. So. Der kurze Black Screen beim Aussteigen ist ein bisschen nervig. Aber ist ja alles noch. Early Access. Demo. So. Dann. Laden wir jetzt auch noch auf. Perfekt. Das heißt. Bringen die Praxis zur Ausladestation. Warte mal, dass ich in die falsche Richtung, oder? Nee. Was piepst denn da so? Ich fahr doch gar nicht rückwärts. Okay, ich habe doch. Achso, wenn ich bremse, piepst es auch. Okay, das ist ein bisschen komisch. Jetzt denke ich mal, das ist ein Bug. Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich muss da genau in dieses gelbe Ding reinparken. Nehme ich mal an. Oder hätte ich... Ah, nee. Ich muss nebendran, dass die da rein können, ne? Weil sonst stehe ich ja in dem Feld, wo das rein muss, das Auto. Das heißt, ich fahr mal in den gelb markierten Bereich. Nebendran. So. Nee, das ist nicht der richtige Bereich. Wo ist der denn? Okay, ich muss, glaube ich, doch da reinfahren. Das war, glaube ich, doch richtig. Ist schon grün? Okay. Finde ich gut, dass man ja nicht so genau einparken muss. Das ist was nervig. Okay. Also jetzt können wir die ganzen Dinger rüberschieben. Alle beide. Und... Jetzt wieder das gleiche wie vorhin. Das heißt, zack, darüber. Motor entfernen geht da hinten. Zack. Wir sind ja schon Profis inzwischen. Morgen mache ich einen eigenen Schrottplatz auf. Zack. Und der kommt... Ja, was mache ich jetzt mit... Da hängt der Schneider dran. Boah, keine Ahnung. Ich lasse ihn einfach mal da liegen. Wird schon keinen stören. Wenn doch, dann machst du nichts. So. Das Ding... Kann ich jetzt wieder rüber transportieren. Glaube ich. Ja. Zack. Okay, ich muss scheinbar jetzt erstes eine weg transportieren. Das heißt... Wir nehmen den Kran... Und ran. So. Zack. Das wird schon ganz drin sein. Hoffe ich mal. Achso, ich muss wieder... Das Ding wegfahren. Sonst hängt ja die Klappe da drauf. Oh ne, das ist nicht richtig drin. Das nervig. Wie soll ich das da wieder rausholen? Okay, Gott sei Dank. So. Jetzt ist es richtig drin. Auf jeden Fall. Und hier machen wir den Automatikmodus rein. Weil ich immer noch nicht weiß, wie ich die Klappe zumachen kann. So, dann... Holen wir den Schrott raus. Und schmeißen den Jungen darüber in die große Tonne. Wunderbar. Ich bin echt mal gespannt, was man auch alles so machen kann dann. Also man kann auf jeden Fall selbstständig Autos sammeln auf der Map. Und zerschrotten. Und die Sachen verkaufen. Und man kann ja safe noch viel mehr machen dann. Im fertigen Spiel. Oder vielleicht auch schon eine Demo. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Vielleicht. So, jetzt. Und... Zack. Und ich wollte mal auch einen zweiten... Ich mach mal hier einen... einen Timelapse rein. Für den zweiten Wagen. Dass es nicht so langweilig ist beim Zuschauen. Achso. Ich die ganze Zeit überlege, warum ich das Auto nicht in die... Motorentfernungsstation da vorne rein machen kann. Aber das hat gar keinen Motor mehr. Sieht man ja hier. Da ist ein riesen Loch. Das heißt, können wir direkt verschrotten. Wunderbar. Wir haben alles zerschrottet, was hier auf dem Platz stand. Jetzt können wir noch die Sachen verkaufen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weiter geht. So, schön die Kohle rein hier. Wunderbar. Gut. Nimm den Motor zur Renovierung. Oh, okay. Ja, 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 ja. Bis zum nächsten Mal.